Heute bauen wir eine Like-Button-Animation mit CSS und JavaScript. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS und JavaScript. Und zwar werden wir einen richtig coolen und sehr einfachen Effekt bauen für so einen Like-Button, dass wenn man drauf drückt, das Ganze sich cool animiert. Und wenn man den Like wieder wegnimmt, dass sich das Ganze auch wieder quasi revidiert und zurück animiert. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer unten in der Videobeschreibung einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, verliehen wir keine Zeit, legen los, viel Spaß, auf geht's! So, als erstes gibt es wie immer eine kleine Live-Demo zu dem, was wir heute machen werden. Ihr seht hier schon einen kleinen Button, der ist so ein typischer Like-Button mit einem Counter und einem kleinen Herz daneben. Und wenn ich auf diesen drauf drücke, dann seht ihr, es wird grün, man hat es geliked, die Zahl ist ein hochgegangen, das Herz ist so nach oben geflogen. Und wenn ich mich als Nutzer umentschieden habe, ich mag zum Beispiel dieses Video doch nicht, dann drücke ich hier drauf und es geht wieder weg. Dann fliegt das Herz nach unten, der Button wird wieder in seinen ursprünglichen Zustand gesetzt und das Ganze hier wird wieder aktualisiert. Dieser Button ist prinzipiell gar nicht so wirklich kompliziert gemacht, es ist natürlich jetzt hauptsächlich JavaScript. Das heißt, normalerweise würde man ja in dem Moment einen REST-Call an beispielsweise eine Backend-API setzen, das machen wir in diesem Video natürlich nicht. Wenn ihr euch diesen Button aber angucken wollt, dieser ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr euch den angucken auf CodePen. Und ja, jetzt gucken wir mal an, wie wir diesen bauen können. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Hier seht ihr wie immer meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr die aufrufen, euch angucken und da erkläre ich auch alles, was sich mit diesen ganzen Dateien auf sich hat. Wir haben eigentlich gar nicht viel hier. Wir arbeiten mit unserer Index-HTML, da ist überhaupt noch nichts drin, was wichtig ist. Dann haben wir eine komplett leere SAS-Datei, bis auf, dass ich hier oben ein paar Farbcodes und sowas lade, dass hier dieser Hintergrund zum Beispiel schon dunkel ist und so weiter. Und eine komplett leere JavaScript-Datei. Diese drei Pfeils werden wir benötigen, aber ihr seht, hier habe ich noch eine vierte und das ist einfach ein SVG. Das habe ich von Font Awesome runtergeladen und das kopiere ich mir hier jetzt mal den Code und das Ganze können wir hier schließen, weil wir müssen als erstes mit HTML anfangen. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. So, und los geht's mit unserem HTML-Bereich. Als erstes mache ich hier einen Button. Das mache ich ganz einfach über so einen Button-Tag und dieser Button bekommt eine ID, damit wir den später in JavaScript ansprechen können mit dem Namen Like. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Div-Box mit der Klasse Icon. Und hier drin brauchen wir jetzt unser SVG. Das kopiere ich jetzt zweimal rein. Ich habe das jetzt einfach copy-pasted aus der SVG-Datei. Und das erste SVG bekommt eine Klasse mit dem Namen Prime. Und das zweite SVG bekommt auch eine Klasse mit dem Namen Normal. Das Ganze können wir uns jetzt abspeichern. Und erst mal müssen wir gar nicht so viel mehr machen, außer, dass wir noch einen weiteren Div-Container brauchen mit der Klasse Counter und der ID Counter. Das Ganze speichern wir uns jetzt ab. Und in dem Moment sind wir hiermit auch schon fertig. Das ist alles, was wir in HTML brauchen. Jetzt kommt der eigentlich spannende Part, und zwar CSS. So, dann gucken wir mal, dass wir unseren Button in einer etwas schöneren Optik verpacken können. Und dafür sage ich jetzt hier, okay, wir haben hier unseren Button. Und unser Button bekommt erstmal Border None. Wir wollen keine Border. Sieht nicht schön aus. Brauchen wir nicht. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Border Radius von zwei Rem. Das ist einfach, dass wir runde Ecken bekommen. Dann sagen wir Display Flex, weil wir alles darin ausrichten möchten. Und zwar als erstes Justify Content, Flex Start. Und das nächste, was wir hier drin machen, ist Align Item Center, so dass wir alles rüberziehen, nach links und dann in der Mitte in der Vertikalen ausrichten. Und das nächste, was wir machen wollen, ist Flex Direction und hier Row. Wir wollen nicht, dass das untereinander der Fall ist, wie das gerade hier ist, sondern nebeneinander. Genauso wollen wir das machen. Und wir schreiben uns kurz mal in unseren HTML-Bereich hier nochmal eine Zahl rein, so dass wir auch hier eine Zahl haben, die wir jetzt stylen können. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen wie immer, dass wir einen Cursor Pointer haben. Also, dass, wenn wir über unseren Button drüber gehen, dass es so einen Pointer bekommt. Und wir sagen, dass wir nach links und rechts jeweils zwei Rem Abstand haben wollen, so dass der ein bisschen verschoben wird. Außerdem werden wir später die Farbe des Buttons animieren. Dafür brauchen wir Transition. 150 Millisekunden ist die Dauer der Animation. Und wir wollen jedes Attribut in CSS, was sich verändert, auch animieren. Deswegen sagen wir hier All. Damit können wir das Ganze abspeichern. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eine Background Color. Dafür rufen wir das Attribut auf Background Color und sagen jetzt Lighten. Das ist eine SAS-Funktion. Und hier rufen wir Second auf und sagen, wir wollen das gerne um 10% aufhellen. Und in dem Moment nutze ich meine dunkle Hintergrundfarbe, was quasi ja die Hintergrundfarbe hier ist, und helle die einfach um 10% auf. Und so bekommen wir so einen blauen Farbton als Hintergrund. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir wollen unseren Counter, also die Zahl hier drin gestalten. Und wir haben dazu ja eine Klasse vergeben. Also die Diffbox hat ja eine Klasse namens Counter. Und hier wollen wir als erstes mal die Schrift größer, also die Font Size und die Farbe verändern. Das machen wir hier einfach auf 3 Rem und die Farbe weiß. Das speichern wir jetzt mal ab. Dann wird die Zahl hier schon mal deutlich größer. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass die oben und unten und zu den Herzen ein bisschen Abstand bekommt. Dafür sagen wir Padding. Nach oben 2 Rem. Nach rechts gar nichts. Nach unten 2 Rem. Und nach links, also in Richtung der Herzchen, ebenfalls 2 Rem. Das speichern wir ab. Und in dem Moment hat sich unser Button schon ein bisschen verändert. Und unsere Zahl steht jetzt hier schön in der Mitte. Die Zahl oder die Farbe der Zahl wird sich auch verändern. Weswegen wir hier einfach Transition kopieren und sie einfügen. Und wir wollen auch, dass die Schriftgröße, beziehungsweise die Dicke ein bisschen mächtiger aussieht. Deswegen sagen wir einfach Font White 700. Und damit haben wir hier wunderbar jetzt ein bisschen dickere Schrift. Das Ganze sieht schon gar nicht schlecht aus. Aber hier unsere beiden Icons sind nur so zwei kleine schwarze Punkte. Das können wir natürlich nicht so sitzen lassen. Als erstes sagen wir deswegen, wir wollen unseren Icon Container ansprechen. Und der bekommt erstmal in jede Richtung einfach ein Rem. Jetzt wurde das schon mal ein bisschen größer. Und auch hier wird später die Farbe verändert. Wir brauchen also deswegen auch hier Transition 150 Millisekunden of all. Und jetzt müssen wir unsere Herzchen aufeinander stecken. Weil wir wollen die ja später so animieren. Und das nur, wenn die genau aufeinander liegen. Und dafür müssen wir jetzt unser Parent Element, also unser Icon, unsere Icon-Klasse Position Relative geben. Sodass wir hier sagen können, okay, alle Elemente, die innerhalb dieser Klasse mit Position Absolute positioniert werden, richten sich an dieser Klasse aus. Dazu brauchen wir jetzt aber auch eine Größe unserer Icons. In diesem Fall sage ich, with und hide jeweils drei Rem, speichere das Ganze ab. Und ihr seht, die Herzchen sind schon ein bisschen größer geworden, positionieren sich aber noch nicht korrekt. Dafür, weil wir wissen ja, das ist ein SVG-Element, rufe ich jetzt einfach den SVG-Tab auf und sage, wie gerade besprochen, einfach Position Absolute. Außerdem müssen wir die jetzt oben an der linken Ecke, also hier positionieren, diese beiden Herzchen. Und dafür sagen wir hier Top 0 und Left 0. Außerdem müssen wir die genauso groß machen wie dieses Element hier oben. Das heißt, wir sagen einfach with und hide drei Rem. Und in dem Moment ist unser Herzchen genau hier drin. Allerdings liegen jetzt beide aufeinander. Wir haben hier aber den beiden Elementen, beziehungsweise den beiden SVG-Icons, einmal die Klasse Normal gegeben und einmal die Klasse Prime. Und diese beiden Klassen können wir jetzt auch noch ein bisschen definieren. Das heißt, wir wollen erstmal dafür sorgen, dass unser Prime-Element oben liegt. Das soll immer oben liegen, weil sich das ja quasi darüber weganimiert. Deswegen sagen wir Z-Index 1 bei Prime und Z-Index 1 bei Normal und Z-Index 2 bei Prime. Außerdem wollen wir, dass Normal nur 0,5 Deckkraft besitzt. Und ja, damit können wir das Ganze erstmal so abspeichern und mehr machen wir hier gar nicht. Außer, dass wir jetzt zwei verschiedene Zustände unseres Buttons definieren. Ganz oben haben wir unseren Button und per JavaScript werden wir gleich einmal den Zustand vergeben, wenn der ganze Button active ist. Und wir werden den Zustand vergeben, wenn der Button disliked, also inactive oder disliked ist, wenn wir quasi als Nutzer das Ganze zurückgenommen haben. In dem Moment, wenn wir den ganzen Button auf active setzen, dann soll das Ganze oder der Button soll erstmal seine Farbe verändern, einfach zu diesem Blauton. Das kann natürlich auch jede andere Farbe sein, weil weiß auf blau nicht so richtig gut aussieht, würde ja unsere Schrift weiß sein, wollen wir das auch verändern und sagen hier, okay, unsere Schrift, unsere Zahl bekommt jetzt einen dunklen Hintergrundton. Und das nächste, was wir machen, ist, wir verändern auch unser Icon. Dazu sagen wir unsere Icon-Class, hier drin unser SVG-Element, bekommt erstmal eine Schriftfarbe, nämlich Color Second. Und warum vergebe ich jetzt hier die Schriftfarbe, um das Icon zu färben? Hier drin befindet sich Fill Current Color und das bezieht sich auf die Schriftfarbe, deswegen färbt unsere Schriftfarbe unser Icon. Und wenn wir das jetzt hier abspeichern, passiert erstmal nichts, weil wir ja unsere Active-Klasse gar nicht gesetzt haben. Wenn ich aber hier unseren Button jetzt manuell einfach die Active-Klasse gebe, dann verfärbt sich unser Button und wir sehen das so, wie wir es hier gestaltet haben. Das nächste, was wir brauchen, wir wollen das Ganze hier animieren. Und animieren funktioniert ganz einfach, indem wir sagen SVG.prime und in dem Moment würden wir gerne, wenn wir das aktiv schalten, eine Animation abfeuern. Und diese Animation soll Like heißen, soll 550 Millisekunden dauern, soll Forwards gehen, also nach Abschluss der Animation auf dem letzten Frame verbleiben. Und natürlich braucht es, damit es wirklich schön aussieht, noch eine Ease-In- und Out-Funktion. Das Ganze können wir so lassen und können wir so auch speichern. Wir haben ja aber hier oben noch diesen Dislike-State. Und über diesen Dislike-State wollen wir quasi einfach unsere Animation revidieren. Das heißt, wir sagen, diese Animation würden wir, sobald ein Dislike abgefeuert wird, quasi wieder removen. Aber nicht mit derselben Animation, sondern wir wollen das Ganze über die Animation Dislike machen. Diese beiden Werte, also Like und Dislike, verweisen auf Animationen, Keyframe-Animationen, die wir aktuell noch nicht haben. Die müssen wir hier unten ganz am Ende definieren wir uns jetzt, nämlich einmal Add Keyframes Like, einmal 0% und hier einmal 100%. Und wie startet das Ganze? Unser Like-Button, wenn wir keine Animationen hier drin haben, also unser Active hier drin nicht existiert, dann starten wir. Und ihr seht, das ist hier ein dunkler Hintergrundton. Und das Erste, was wir hier machen wollen, beziehungsweise was wir eigentlich an sich machen müssen, hier oben, unserem SVG erstmal einen weißen Ton geben. So. Und in dem Moment ist das hier weiß. Und wenn ich hier drauf drücke, soll das Ganze blau werden. Der Button soll blau werden und das SVG schwarz. Wie machen wir das Ganze? Wir sagen, wir starten bei weißer Schrift und wir wollen das Ganze ja in der Position animieren. Was heißt, wir sagen Transform, Translate und hier sage ich 0,0. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal, fügen das einfach hier unten ein, ändern aber die Farbe zu einem Blauton. Und wir wollen nach oben animieren, deswegen sage ich minus 300%. Außerdem würden wir gerne hier unten ein Scale, das ist auch verschwindet, sodass das Herz kleiner und auf 0 geht, deswegen sage ich hier Scale 0. Es animiert sich also von 100% Scale zu Scale 0, zu einer Animation, die da drüber liegt. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal, weil wir haben ja, wie wir gerade gesehen haben, zwei Animationen. Wir haben nämlich auch noch die Dislike-Animation. Und unsere Dislike-Animation startet quasi bei einem dunklen Herz, weil unser Herz hier wird transparent, das unterliegende Herz. Und deswegen sagen wir, okay, es startet bei einem dunklen, startet auch in der Mitte, geht aber hier auch zu blue. So, allerdings soll das quasi so nach unten weggehen und deswegen müssen wir hier das Minus wegnehmen und sagen 300%. So, damit haben wir unsere gesamte Animation schon geschrieben, aber wenn ich hier drauf drücke, passiert natürlich noch nichts. Das müssen wir jetzt über JavaScript. So, los geht's mit unserem JavaScript-Part. Als erstes haben wir hier eine Variable, die nennen wir einfach mal Button und diese verweist auf unser Dokument und hier auf ein Query-Selector. Und dieser Query-Selector verweist wiederum auf eine ID, die nennen wir Like oder die haben wir ja Like genannt. Das nächste ist eine Variable, die nennen wir Counter. Und das ist einfach nur eine ID, die wir vergeben bzw. vergeben haben für den Div oder die Div-Box, wo quasi unsere Zahl drin steht. Dann brauchen wir eine dynamische Variable, die nennen wir State. Die startet mit False, also ob wir schon drauf geklickt haben als Nutzer. Und das zweite ist einfach der Like-Counter, den setzen wir mal auf 12. Das ist natürlich komplett random gewählt, wenn noch niemand geliked hat, ist das 0. Wahrscheinlich wird diese Variable auch bei euch durch ein Backend vergeben, sodass ihr das gar nicht setzt, sondern dass ihr das quasi aus dieser Zahl, was das Backend gibt, generiert. Das nächste, wir brauchen insgesamt drei Funktionen. Einmal brauchen wir eine Funktion WriteCounter, also einfach eine Funktion, die uns einen Wert in unsere Router-Box reinschreibt. Dazu brauchen wir hier einmal ein Number, die wir irgendwo reinschreiben wollen, und die ID, in welches Element wir das Ganze reinschreiben wollen. Dann gibt es noch zwei weitere Funktionen. Einmal SetState, das ist einfach nur ein State, den wir setzen wollen. Deswegen brauchen wir hier auch nur ein State und ein Element, auf das wir das setzen möchten. In unserem Fall wird das halt später der Button sein. Und wir brauchen eine dritte Funktion, die nennt sich AddLike. Und diese AddLike-Funktion braucht gar keine Parameter, weil das ist unsere Kernfunktionalität, die wir bei einem Button-Klick aktivieren. Und wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt einen Button-Klick. Was heißt, wir sagen Button Punkt und dann hier AddEventListener. Und dann haben wir natürlich einen Klick. Und dieser Klick ruft einfach nur diese AddLike-Funktion auf, mehr nicht. Und wenn wir da jetzt reinschreiben, Console.log. Und hier zum Beispiel Test, beziehungsweise schreiben wir hier mal Klick rein. Und das Ganze abspeichern und hier unsere Konsole aufrufen und die vielleicht nicht ganz so hässlich hier drunter machen. Und ich klicke auf unseren Button, dann seht ihr, wir kriegen hier ein Klick-Event gesetzt. Das funktioniert also schon mal wunderbar. Das Erste, was wir in unserer AddLike-Funktion erkennen müssen, ist, haben wir schon mal auf unseren Button geklickt oder nicht? Das machen wir mit einer Condition. Das heißt, wir sagen If und Else. Und unser Fall ist If. Unser State ist negativ. Also wenn wir noch nicht drauf geklickt haben, wie es hier am Anfang ist, dann wollen wir gerne etwas machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir das wieder rückgängig machen. Hier unten müssen wir also dafür sorgen, dass unser State wieder revidiert wird. Und hier oben müssen wir dafür sorgen, dass unser State auf True gesetzt wird. Das Nächste, was wir machen, unsere Kernfunktionalität. Wir zählen ein Like hoch. Das heißt, wenn wir das erste Mal klicken, wollen wir ein Like dazu zählen. Und wenn wir das zweite Mal klicken, wollen wir ein Like abziehen. Das Nächste, was wir machen, wir rufen hier unsere WriteCounter-Funktion auf. Und wir rufen auch unsere SetState-Funktion auf. Diese beiden brauchen jetzt natürlich ein paar Parameter. In unserem Fall sagen wir, okay, unsere WriteCounter-Funktion braucht natürlich unseren LikeCounter und braucht unsere Counter-ID, damit sie weiß, wo wir das überhaupt reinschreiben. Das Nächste ist, unsere SetState-Funktion braucht natürlich den State und den Button, auf den wir geklickt haben. Das übergeben wir hier unten jetzt auch noch. Wir sagen einfach hier, okay, wir haben jetzt einen Button. Und diese beiden Werte setzen wir hier unten auch noch. Allerdings müssen wir jetzt natürlich diese beiden Funktionen noch mit Leben erfüllen. Und was genau macht unsere State-Funktion? Die toggelt zwischen zwei verschiedenen States. Das heißt, auch hier haben wir einfach eine Condition mit State. Und hier drin setzen wir entweder eine Klasse auf unseren Button oder removen diese Klasse. Hier sollten wir natürlich else auch richtig schreiben. Und zwar sagen wir hier jetzt einfach Element Punkt und dann ClassList Punkt Remove. Und das Ganze brauchen wir noch einmal. Und zwar mit Add. Und hier unten brauchen wir das ebenfalls noch einmal. Und zwar Remove und Add. Aber was genau removen und fügen wir jetzt hinzu? Zwei Klassen. Wenn der State True wird und der Button geklickt wurde, dann würden wir gerne die Klasse Active hinzufügen. Und wenn State negativ ist, also der Button disliked wird, dann würden wir gerne Active remove. Anders, wir wollen den State Active removen, wenn das Ganze aktiv wird und hinzufügen, wenn das Ganze inaktiv wird. Wenn ich das Ganze jetzt speicher und wir hier drauf drücken, dann seht ihr, dass unsere Animation schon komplett funktioniert. Weil wir setzen den State über die Klassen, auf die sich hier unsere Animation in CSS bezieht. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wir müssen diesen HTML-Wert, den Counter, hier hochschreiben. Und das Ganze ist ziemlich einfach. Wir sagen jetzt hier, okay, wir haben unsere ID. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach ein Element. Bezieht sich in unserem Fall jetzt auf unseren Button, weil wir suchen in unserem Button. Sagen hier Query Selector und beziehen uns hier einfach nur auf unsere ID. Und unser Element, was wir definiert haben, bekommt jetzt einen inner HTML-Code. Und in unserem Fall ist das einfach Number. In dem Moment speichere ich das Ganze ab. Wir klicken hier drauf und die Zahl verändert sich. Natürlich jetzt hier mit der 22, die sollten wir hier rauslöschen, das Ganze abspeichern und jetzt haben wir keine Zahl. Das ist der Grund, warum wir direkt am Anfang einmal Write State und Write Number setzen müssen, sodass wir initial einen Wert bekommen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier klicke, sehen wir, das Herzchen animiert sich immer wunderbar. Wir haben eine saubere Animation und das Ganze kann wunderbar in jedes mögliche Framework implementiert werden. Diese Animationstechnik, quasi egal, ob ihr Vue, Angular, React oder sowas nutzt, dann könnt ihr euch nur einen großen Teil dieses JavaScript-Codes sparen, weil die Animation komplett in CSS ausgeführt wird. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Netzwerke, wo ihr mich erreichen könnt oder wo ihr diesen Channel mit Affiliate-Partnern unterstützen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020